Motorradflogger Kulewu – Berufungsverhandlung bringt Überraschung In der Welt des Motorflogging ist der Name Kulewu, hinter dem sich der ehemalige Bauzeichner Christoph W. verbirgt, kaum noch wegzudenken. Mit seiner Kombination aus Motorradleidenschaft und Social-Media-Aktivitäten hat er sich in der deutschen Motorrad-Community einen Namen gemacht. Doch jüngst sorgte nicht nur sein Name, sondern auch seine rechtliche Auseinandersetzung mit dem Amtsgericht Tiergarten in Berlin für Schlagzeilen. Das Gericht hatte Kulewu wegen Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes in zwei Fällen zu einer Geldstrafe von 38.500 Euro verurteilt, das Urteil war aber noch nicht rechtskräftig. Diese Entscheidung markiert einen bemerkenswerten Moment in der deutschen Motorrad- und Vlogging-Szene, da sie sowohl die Grenzen der Privatsphäre als auch die rechtlichen Risiken des digitalen Zeitalters unterstreicht. Über den Fall habe ich ja schon bereits berichtet und in einem Video das Ganze auch mit Rechts- und Fachanwalt für Strafrecht Johannes Berg näher beleuchtet. Für alle die, die von dem Fall noch nichts wissen, fasse ich das hier jetzt noch mal kurz zusammen. Wer also bereits Bescheid weiß, kann bis zum Ende vorspringen, wer hier allerdings dann noch mehr wissen will, denen verlinke ich die beiden ausführlichen Videos unten in der Videobeschreibung. Zweimal fiel Kulewuh ins Visier der Berliner Polizei. Sein Verbrechen war das unerlaubte Aufnehmen und Veröffentlichen von Verkehrskontrollen. Die ersten Bilder und Töne entstanden am großen Stern in Berlin Tiergarten. Unwissend, dass Aufnahmen von der Verkehrskontrolle erstellt wurden, fanden sich die Polizisten L. und K. in einem Video auf Kulewuhs Social-Media-Kanälen wieder. Eine Einwilligung dazu haben sie dementsprechend natürlich nicht abgegeben. Die Polizeibeamten L. und K. die im Video aufgetaucht sind, erinnern sich an die damalige Situation und bemerkten Kulewuhs heimliche Aufnahmen nicht. Besonders K. fühlte sich durch die Darstellung seines dienstlichen Vorgehens in dem Video verletzt. Er betonte die negative Botschaft, die Kulewuhs Videos vor allem jüngeren Zuschauern vermitteln. Knapp ein Jahr danach geriet Kulewuh erneut in den Fokus der Beamten. Diesmal in Berlin-Mitte am Pariser Platz. Trotz Aufforderungen, die Kamera abzuschalten, lief sie heimlich weiter und die Beamten B-Punkt und N-Punkt wurden unwissend gefilmt. Und im Grundsatz ist es auch so, dass polizeiliche Kontrollen ebenfalls nicht öffentliche Äußerungen sind, auch von den Polizeibeamten. Das kann sich allerdings anders verhalten. Darauf ist das Amtsgericht nur sehr wenig eingegangen in seine Entscheidung. Wenn eine faktische Öffentlichkeit besteht, wenn also da irgendwie Schaulustige unterwegs sind, die sich das Ganze angucken, dann kann es sich umkehren. Und da aus meiner Sicht nicht ausreichend berücksichtigt, dass also in diesem Fall jetzt zumindest mal eine Person dabei gewesen ist und der zweite Fall, den Skit 30.03.2021 am Pariser Platz, dass da mehrere Personen vorbeigelaufen sind. Es reicht schon aus, wenn Dritte, also Unbeteiligte, die Äußerungen mithören können. Kulewus' Handlungen wurden gemäß § 201 Abs. 1 Nr. 1 und § 252 und § 53 StGB als Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes eingestuft. Das Urteil 110 Tagessätze zu je 350 Euro. Insgesamt also 38.500 Euro Strafe. Bei der Bemessung der Strafe spielten diverse Faktoren eine Rolle, unter anderem Kulewus bisherige Unbescholtenheit und die Art und Weise der Veröffentlichung der Videos. Obwohl Kulewus aufgrund der Urteilsfällung als schuldig befunden wurde, war er anschließend trotzdem nicht vorbestraft. Der Grund, er legte gegen das Urteil Berufung ein, wodurch das Urteil nicht rechtskräftig wurde. Am 25.05.2023 fand die Berufungsverhandlung statt, die mit einem ganz anderen Ergebnis endete. Kulewus wurde freigesprochen. Dieses Berufungsurteil ist jedoch auch noch nicht rechtskräftig, da sowohl die Staatsanwaltschaft als auch Kulewus selbst die Möglichkeit zur Revision haben. Genauere Details zu den Gründen des Freispruchs liegen derzeit allerdings noch nicht vor, da das Gericht fünf Wochen Zeit hat, das Urteil schriftlich zu begründen. Das Fazit dieser Ereignisse ist also noch ungewiss. Das jüngste Berufungsurteil, ein Freispruch, ist noch nicht rechtskräftig und die Staatsanwaltschaft könnte sich entscheiden, Revision einzulegen. Die Gerichtsunterlagen liegen aktuell noch nicht vor, was bedeutet, dass wir noch keinen vollständigen Einblick in die genauen Gründe für den Freispruch haben. Wir werden diesen Fall weiterhin verfolgen und in Zukunft ein Update bereitstellen, sollten sich hier noch neue Erkenntnisse ergeben. Aktuell gehen wir allerdings davon aus, dass die Staatsanwaltschaft nicht in Revision gehen wird und es somit beim Freispruch bleiben wird. Sollten sich hier Updates ergeben, wie gesagt, oder interessante Erkenntnisse aus der Urteilsbegründung, dann werden wir hier nochmal darüber berichten. Was hältst du von der ganzen Sache? Findest du es richtig, dass Kulewus jetzt straffrei davon gekommen ist oder hätte er doch die 38.500 Euro zahlen sollen? Ansonsten wie immer, danke fürs Schauen.